Greyhound, die Eleganz und Schnelligkeit des Windhundes, alles, was Sie über diese faszinierende Hunderasse wissen müssen. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Heute nehmen wir uns den Greyhound vor, eine Rasse, die für ihre Eleganz, Schnelligkeit und beeindruckende Ausdauer bekannt ist. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt dieser faszinierenden Hunderasse, während wir Ihnen alles Wissenswerte über den Greyhound von seiner Geschichte und seinen charakteristischen Merkmalen bis hin zur Pflege, Erziehung und Gesundheit vorstellen. Der Greyhound ist ein wahrer Athlet und ein Symbol für Eleganz und Schnelligkeit. In diesem Video werden wir über die Herkunft und Geschichte des Greyhounds sprechen, seine charakteristischen Merkmale näher betrachten und Ihnen praktische Tipps zur Pflege, Erziehung und Gesundheit dieser faszinierenden Rasse geben. Herkunft und Geschichte, der Greyhound ist eine der ältesten Hunderassen und hat eine lange Geschichte als Windhund. Schon vor Jahrhunderten wurden sie für die Jagd auf Wild verwendet und später auch für Rennen eingesetzt. Ihr schlanker Körperbau, ihre langen Beine und ihr muskulöser Körper machen sie zu außergewöhnlichen Läufern und gleichzeitig zu liebevollen Begleithunden. Eigenschaften und Temperament, der Greyhound ist bekannt für sein sanftes und freundliches Wesen. Trotz ihrer beeindruckenden Schnelligkeit und Energie sind sie meist ruhige und entspannte Hunde, die es genießen, Zeit mit ihren Menschen zu verbringen. Greyhounds sind auch sehr sensibel und einfühlsam, daher ist eine liebevolle und positive Erziehung wichtig, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Pflege und Erziehung, die Pflege des Greyhounds ist vergleichsweise einfach, da sie ein kurzes und glattes Fell haben. Regelmäßiges Bürsten und gelegentliches Baden reichen in der Regel aus, um ihr Fell sauber zu halten. In Bezug auf die Erziehung profitieren Greyhounds von einer einfühlsarmen und konsequenten Hand. Sie sind intelligente Hunde und lernen gerne, aber sie können auch ihren eigenen Kopf haben. Eine positive Bestärkung und Geduld sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Erziehung. Gesundheit und mögliche Probleme, Greyhounds sind im Allgemeinen gesunde Hunde, aber wie bei jeder Rasse können auch sie an bestimmten gesundheitlichen Problemen leiden. Dazu gehören beispielsweise Magendrehungen, Augenprobleme und Gelenkprobleme wie Arthritis. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und eine ausgewogene Ernährung sind entscheidend, um ihre Gesundheit zu erhalten und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Zusammenfassung, der Greyhound ist ein faszinierender Hund mit seiner beeindruckenden Eleganz und Schnelligkeit. Mit ihrem sanften Wesen und ihrer Liebe zur Familie können Greyhounds wunderbare Begleiter sein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über den Greyhound zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal für weitere informative Inhalte und teilen Sie dieses Video mit anderen Hundeliebhabern. Bis zum nächsten Mal!